Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Creativerse mit dem super Teleporter-Einsetzer Sarah Zarr und dem lieben Gregor Onk. Ja? Creativerse! 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 Ja, heute sind wir hier in unserem Loft-Penthouse. War natürlich Schicksal, dass wir das hier kriegen. Unser Loft-Penthouse. Das war... Schicksal ist ein schönes Wort dafür. Ey, wir wollen darüber nicht mehr reden. Nee, ist auch... In der letzten Folge hast du noch gesagt, gut, dass du das gemacht hast, Tarazza. Es hat Spannung reingebracht. Ja, das sag ich doch immer. Du musst dich ja immer wieder aufbauen, weil du so nah am Wasser gebaut bist. Apropos nah am Wasser gebaut, wo ist unser Haus? Den Shitstorm seh ich ja noch nicht. Wo ist unser Haus? Guck mal, ich hab hier so ein kleines Dächlein drüber gebaut. Alter, ich hab grad vor den Grafikfehler, der Berg ist bei mir weg. Hä? Hä? Du schwebst bei mir in der Luft. Hier hört bei mir alles auf. Du musst dich bestimmt noch mal neu ein- und ausloggen. Hä? Aber dann sollten wir hier kurz einen Cut setzen, vielleicht. Äh... Oder wir machen die Folge einfach noch mal neu. Nee, ist egal. Wir haben ja noch nichts gemacht. Ja, spielst du jetzt ohne Berg. Mit Berg, ohne Berg. Okay. Okay, ich kann also noch rumlaufen. Ich laufe halt nur... Ich fliege halt nur. Oh, jetzt ist wieder alles da. Okay, jetzt ist wieder alles da. Keine Ahnung, was das war. Das war strange. Starrangio. Also guck mal, hier hab ich grad noch schnell... Hier können wir so Fences bauen, weißt du? So Zäune. Das wär eigentlich ganz gut, oder? Zäune? Achso, ich dachte, eine Glaswand wär eigentlich geil. Ja, aber solange wir das eh noch nicht gecheckt haben, find ich auch voll geil, aber... Bis wir das hinkriegen, fallen wir hier fünfmal runter. Zumindest ich. ...erhöht und hab da so ein bisschen so, weißt du? So, das war außenrum so ein... Hm? Ich hab dich schon irgendwie runtergeballert, Ben. Ist geil. Äh. Und ganz kurz hier... Vorsicht, ich nehm hier ganz direkt die ganze Wand raus. Okay. Ich baue hier schnell noch was unten hin, damit wir da... ...das symmetrisch haben auch. Zum Dach. Ähm. Connection timed out. Ja, bei mir lag das hier auch gerade immens. Äh. Bist du gerade rausgeflogen? Ja. Oh, du bist weg. Ich muss hier mal einen Schnitt setzen, jetzt müssen wir, weil sonst kriegen wir das Passwort, wisst ihr? Und so. Ah, okay. Ich muss ja keinen setzen, ne? Ich kann ja weitermachen. Nee, du kannst theoretisch weitermachen. Ich kann theoretisch auch weitermachen. Ach, ich muss gar kein Passwort eingeben. Cool. Ach, cool. Hey, da bist du ja wieder. Ja, ich glaube, der Server hat gerade ein paar... Mätzchen. Frivolitäten. Frivolitäten? Sehr schön, hast du es gesagt. Freust du dich, ne? So. Ja, ich bin ein ganz guter Dinger. Du bist ja auch eher so ein Typ für die Punk-Bank, ne? Den man da öfter antrifft. Hä? Was? Weil ich Worte, wie ich Frivolitäten kenne, ne? Wenn du mal rausgehst. Hä? Hä? Wie immer kann ich da im... Ach, naja, komm, ich vergesse es, ey. Vielleicht haben es ja zwei Leute gecheckt, was ich meine. Ich will es nicht erklären, weil es ist nicht jugendfrei, wenn ich das erkläre, weißt du? Äh, wieso komm ich hier nicht mehr... Achso, weil ich... Das sieht gut aus. Soll ich hier Holzboden setzen? Genau, 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 genau. Ne, nicht zwei, nicht zwei, nur ein. Okay. Ich wollte es halt so symmetrisch haben, weißt du, dass wir immer Dreierdinger haben? Und hier kann ich theoretisch... Oh, hier sollte ich dann theoretisch die Wand hochziehen. Ah, perfekt, okay. Boah, das sieht viel geiler aus. Mal ganz ehrlich, das sieht super aus. Dann haben wir oben noch so ein bisschen, weißt du, mit dem Kranz rum und so. Ja, ja, hier können wir auch noch wegmachen, eigentlich. So. Huch. Und hier ersetzen wir... Oder lassen wir das so mit den... Möglicherweise bist du jetzt ein blauer Punkt bei mir am Radar. Eben war es noch rosa. Strange. Ich schreibe jetzt auch blau, siehste. Ne, ich habe den Chat aus. Achso, ja, den Chat kann ich auch mal wieder wegschalten. Den kann man nämlich hier mit dem roten Tabis, weil wir das mal gecheckt hatten. Das hat auch gedauert. Also, auf jeden Fall sieht das... Es sieht ja cooler aus als vorher, möchte ich mal anmerken, als die andere Bude. Es sieht viel cooler aus als die andere Bude. Vielleicht ist das ein Schicksalsschlag gewesen. Doch, es ist auf jeden Fall richtig geil mit dem Ausblick überall. Mach hier nochmal ganz kurz... Wenn wir jetzt noch nach oben bauen und so und da mehrere Etagen und auch noch eine supergeile Terrasse oben machen. Das wird doch der Hammer. So, warte mal. Warte mal, habe ich jetzt überhaupt... Boah, wir müssen eine Truhe bauen, Alter. Das führt keinen Weg drumherum. Na, da muss ich so viel wegwerfen. Ach, warte mal. Ich mache einfach mal Setzlinge. So, kannst du eine Truhe bauen? Ich habe ein Bett noch über. Das habe ich noch von der alten Bude. Setze ich einfach mal gerade... Ich setze einfach mal gerade hier ab, ja? So, kannst du dir mal angucken. So sehen die Betten aus. Sie sehen ziemlich cool aus. Oh, nice. Ja, echt geil, ne? Kann man aber überhaupt nicht verwenden. Das ist nur dekorativ. Schade. Ach so, kann man nicht schlafen? Nee, kann man... Also, ich wüsste schon, das ist nicht wie. Bisschen doof. So, warte mal. Eine Truhe kann ich bauen. Craft. Jetzt habe ich ja den Slot vom Bett frei. Und jetzt kann ich die sammeln. Und dann können wir endlich da ein bisschen Zeugs loswerden, was die ganze Zeit das Inventar blockiert, weißt du? So, wo willst du die hinhaben? Hier in die Ecke? Ja, haust du erstmal in die Ecke. Hier ist das so ganz nice, ne? Vielleicht können wir die ja später noch ändern. So, und jetzt tue ich da erstmal die Leaves rein. Die brauchen wir nicht. 99. 36 kommen auch noch rein. Also, es gibt jede Menge Leaves von allmöglichen Bäumen in dieser Truhe. Nehmen wir, das ist die Holztruhe oder so, ja? Holz und Leaves. Dann tue ich den Dreck nicht da rein. Soll man das so machen oder ist das egal? Na, also mir ist recht. Ich glaube, boah, wie viel Holz ich geholt habe. Alter. So. Und Weins tue ich da auch mal 51 noch rein. Also wir haben auf jeden Fall richtig viel. Wir können die Bude ultra ausbauen. Du weinst doch. Jaaa. So, mal gucken. Da können wir auch nochmal eben bauen. Kann ich nämlich mal meine... Ach. Krasser Scheiß. Ohne Ende Wood Steps waren auch noch drin, ne? Also richtig mit Unmengen. Ach du bist das, der hier so klingelt. Hm. Ich bin hier gerade am Arbeiten. Am Prozessor. Ach, so nennt man das jetzt. So nennt man das jetzt. Ja, warte ab, jetzt mach ich hier voll das super tricky Gameplay. Weißt du, ich musste mich erst einführen. Du wirst sehen, ey. Ja, das dachte ich mir schon. Es ist ja immer so. Erst alle antäuschen und dann ruhen. Er hat eine High-Mighty-Duck-Strategie, weißt du. Ich kann auch mal meine Setzlinge setzen. Das wäre doch mal was Schönes. Kann man hier zwei Bäumchen vor dem... ...vor unsere Hütte setzen. Was hältst du davon? Ja, ich kriege mal Besuch. Hier so einen. Ja, irgendwie ist es so ein Lockenbüter. Guck mal, hier so ein Setzling und da so ein Setzling. Also hier kann definitiv, über die Terrasse kann definitiv keiner reinkommen. Ne, nur über die Tür. Deswegen bauen wir jetzt eine Vordertür. Was brauchen wir denn dafür? Ich guck mal gerade. Ich saug mal einen von denen ein gerade und setze ihn mal nach innen. Theoretisch könnte hier unten einer spawnen. Warte, kann man das nur mit dem Stone einsammeln, diese... Ne, geht auch mit dem. Okay, perfekt. Da war was drin. Okay, das Bett saug ich auch mal wieder ein, weil hier stürzt es gerade nur. Ja. So, und jetzt setze ich hier... Ich bin das hier auch noch nicht... Ich glaube, dafür brauchen wir eine andere Location für das, was ich hier gemacht habe gerade. So, jetzt ist hier drin auch so eine Workbench, so eine Crafting Table. Ah, cool. Pass auf, wir können nicht solche Woodfans mal bauen. Ich würde gerne irgendwie versuchen, ich weiß nicht wie, aber ich würde trotzdem gerne versuchen, irgendwie Glas zu bauen. Ja, aber wir können ja so lange... Die können wir ja abreißen, wenn wir die nachher... Und eine Tür kann ich nämlich auch bauen. So, perfekt. Eine Tür brauchen wir dringend. Dann kommt hier auch keiner mehr rein. Alter, die Bude ist viel geiler. Das stimmt. Ne, finde ich auch. Also, ich weine im Haus jetzt nicht hinterher. Ah, jetzt habe ich ja auch Thatched Roof und Treppen und sowas. Jetzt habe ich das alles. Und eine Tür auch. Und einen Tisch kann ich auch bauen. Mir fehlen nur die Sachen. Ja, Tür haben wir. Guck mal. Zack. Perfekt. Ja, schön. Wir sind jetzt endlich mal safe. Das erste Mal in Creativerse. So, und hier können wir einen Zaun bauen. Ähm... Nice. Ja, das mit dem Zaun ist ja toll. Das ist ja nicht connected, ist schon ein bisschen low, ne? Ja. Eigentlich ist es nice, aber... Warte mal. Will ich den vielleicht am Ende rein? Ey. So. Ich glaube, wir brauchen trotzdem noch Glas. Ne, ich kann den nicht setzen. Das klappt ja super. Hey, jetzt kann ich gar kein Fenster hier ansetzen. Okay, ich kann den nur so. Mehr geht nicht. Schade, dass du nicht connected. Ja, soll ich es so lassen einfach? Ja, mache halt. Ach, Stone Rod. Ah, ha, 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 ha. Ich habe eine Idee. Hm. Obwohl, ne, das ist zu blockig, ne? So. Ach, ich bin so doof. Ah, okay. Ja, in dem Spiel passiert das schon. Ne, das sieht scheiße aus. Ja, das sieht scheiße aus, ne? Oh, da brauchen wir echt eine Glaswarte, glaube ich. Aber das ist ja fein. Aber zum Glück kann man das alles schnell wieder wegmachen. Das finde ich ganz gut. Ich lasse es mal so, ne? Damit da keiner runterfällt nachher. Und dann brauchen wir echt eine Glaswand. Da kann man auch nicht durch, durch die Ecke, ne? Ne, kann man nicht. So sieht es aber besser aus, als wenn wir das so überlagern, finde ich. Ja, ja, absolut. Absolut. Aber eine Glaswand werden wir, da kommen wir nicht drumherum. Ne, auf keinen Fall. Die muss sein. Ich meine, wir machen folgendes. Okay, da wolltest du jetzt runterbauen und eine müssen wir ja hochbauen, ne? Ja, aber ich glaube, ich werde das anders machen. Ich werde nicht hier runterbauen, weil sonst kann man die Ecke da nicht nutzen. Ich werde irgendwo... Vielleicht, dass man hier vor der Chest irgendwie hier so runtergeht. An der Seite, weißt du? Mhm. Weil das da echt störend ist, mitten im Raum. Ja, oder wir machen hier außen eine Treppe runter. Warte mal. Das könnte auch ganz geil sein. Und dann wieder in die nächste Halle. Ach, die Slaps sind jetzt... Ah, okay. Ach, Sachen, die im Quick-Slot liegen, kann ich eh nicht benutzen. Warte, ich muss hier mal ganz kurz nochmal ran. Wie ist denn auch so ein Prozessor? Ich guck mal, dass ich mir gerade mal wieder hier meine Rüstungsteile zusammenbastel. Beleg gerade mal das andere Ding da. Steine, Steine. So. Cool. Bett. Ich bin wieder komplett ausgestattet mit Rüstungsteilen. Hä? So. Sehr schön. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen die Steine dupliziert. Hä? Es gibt hier, glaube ich, einen Glitch oder sowas. Hä, nee, jetzt sind sie wieder weg. Was machst du denn mit den Knochen? Warum brauchst du mir denn so viele Knochen? Ich will den Inventarplatz freimachen, weil ich noch so viele Fossilien habe. Oh, tu die lieber in die Kiste, weil jetzt können wir 3 Minuten 20 Sekunden das dem Prozessor nicht nehmen. Ja. Geil. Egal. Okay, wir machen was anders an der Treppe. Ich frage mich, wozu die gut sind, die Knochen. Wir müssen den Raum aber eh unten aushöhlen. Oh. Hier ist es aber ganz anders, ne? Hm? Ja, ja, da ist noch nicht fertig. Ich habe da nur ein bisschen weggenommen. Oder jetzt noch nichts groß bauen. Nach oben und nach unten bauen. Nach oben. Hm, weil oben wäre eigentlich geil für eine Aussichtsplattform. Leiter wäre gut, ne? Das wäre für unsere Zwecke viel sinnvoller. Ich glaube, ich kann mal nicht Leitern craften. Hatte ich nicht irgendwas gesehen in der Richtung? Weiß aber nicht, bei welchem Gerät ich was gesehen habe. Woodleather. Ja, ich habe hier. Ich habe hier, ja. Perfekt, dann machen wir doch eine Leiter. Da brauche ich Woodrods, die kann ich herstellen. Und Twines, die kann ich auch herstellen. Alles gut, ich muss noch warten. Guck mal, dann macht doch hier einfach eine Leiter hin, so hier. Wo, wo, wo? Hier, wo ich gerade wegzippe. Ah, so. Oder? Ja, das kriegen wir hin. So, und dann können wir da auch easy noch die Treppe nach unten und nachbauen. Genau. Huch. Dann können wir eine nach unten. Ich bin gerade nach oben verschwunden. Ja, ich sehe das gerade. Oh, hier kann ich nichts wegnehmen. Nee, lieber nicht, lieber nicht. Ja. Moment. Ich repariere das sofort. Die brauche ich jetzt nicht, die Torches. Na, warte, stell mal wieder hin, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Okay. Das ist ganz gut. Nur symmetrisch sein, einigermaßen. Gleich am Eingang ist das blöd. Ja, eigentlich wäre da gut, wo die Kiste steht, ne? Oder? Warte, 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 warte. Kann ich die noch wegnehmen? Nee, nichts verändern, was ist so viel drin. Guck mal, wir haben hier so ein bisschen Raumtrenner, dann mache ich die Leiter hier direkt hoch. Okay, das ist cool. Das ist super, finde ich gut. Huch. Hä? Hups. Habe ich da hingesetzt, wenn ich mich schon wieder verklickt habe. Alter, dieses Gottverdammt. Ich gucke mal, dass die Decke hier in Ordnung geht, dass da eine richtige Steindecke auch drin ist und nicht so ein Kauderwelsch. So, wie lange dauert das hier noch? Boah, der Prozessor läuft auf Hochtouren. Vielleicht sollten wir da einfach mal einen zweiten bauen. Der glüht gleich. Er ist eh in einer Minute, ist er durch. Das macht aber schon Spaß, Alter. Ja, tatsächlich, ja. Ne? Muss man sagen. Also, das ist, glaube ich, auch das Schlüsselelement. Dauert, dass du mit dem Crafting so lange dauert, aber das hast du ja bei Minecraft auch, wenn du Erze einschmilzt oder so. Ich glaube aber auch. Ich glaube, das dauert sogar länger. Also, weil das, guck mal, so schnell baust du bei Minecraft nichts ab, so wie wir jetzt gerade. Das stimmt. Also, ich zumindest nicht. Vor allem musst du dir dann irgendwie auch da hinbauen, du kommst nicht dran. Oh, scheiße. Egal, ich habe eine Idee. Was machst du denn? Hä, wieso baust du jetzt? Hä, wieso hüllst du da oben noch weiter aus? Weil ich da einen richtigen Steinboden hinsetzen will. Ah, okay, das macht Sinn. Das sieht ja sonst kacke aus, weißt du. Ornamentig. Ja, das war nur dann irgendwie so ein bisschen lowbob, weißt du. Also, weil der, diese toten Köpfe von den Tieren da achten sich hintereinander, das sieht irgendwie nicht so geil aus. Ja, sieht nicht mehr nach einer coolen Hunting-Hütte aus, weißt du. So, Sicht haben wir gemacht. Siehst du, ist doch top. Und jetzt machen wir hier einen Weg nach oben, oder was? Super. Ah, schon wieder, Alter. Ich werde es nie lernen. Genau, ich warte jetzt nur, dass das Ding hier durch ist in elf Sekunden und dann probiere ich mal mein Glück mit den Leitern. So weit es geht, dass wir da auch schon mal hingehen können gleich. Cool, dass man die so aushöhlen kann. Das ist schon nice. Achso, das war gerade fertig. Perfekt. So, dann lass mal gucken. Ach, jetzt kann ich auch Kisten craften. Aber das ist gut, da können wir nach oben gehen. Und theoretisch sogar nach unten. Oh, hatte ich gerade einen krassen Leck. Okay, den brauchst du gar nicht, den Prozessor. Doch, 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 doch. Leider ja. Okay, für die Leiter. Oh, ja. So, dauert eine Minute, dann ist es gut. Kabel. Ja, wir könnten eigentlich noch einen Prozessor bauen. Ja, eigentlich schon. Aber ganz ehrlich, was brauchen wir denn noch für den? Wo ist denn der? Forge, brauchen wir auch noch. Fehlt uns Kohle und Stone Slap. Boah, ach da, Forge, ich kann, ich kann, hey, warte mal. Ja, warte, bau doch mal eine Forge und ich bau einen Crackwood-Prozessor. Okay. So, dann brauchen wir nämlich nur noch ein bisschen von dem Holz hier. Ja, 99. Die Forge, wo soll ich die hin tun? Ich baue das daneben alles, würde ich sagen, oder? Haben wir so eine Reihe mit dem und dann den Teleporter. Genau, genau, genau. So, ach man, dass man das mit rechts nach unten ziehen muss, das ist alles noch ein bisschen ungewöhnlich. Dann baue ich den Teleporter mal woanders hin gerade und stelle mal auf die andere Seite. Äh. Ich kann den Teleporter auch da hinbauen, wo wir die Leiter hinmachen, wenn du willst. Wieso kann ich denn die Forge hier nicht hinbauen? Warte mal. Ah, hier rechts daneben kann ich sie bauen, aber... Hä? Wann kommt der? Mit Honig kann ich den Teleporter hier nicht hinbauen. Kann ich meldet... Ah, jetzt kann ich auch Glas machen. Ah, ich kann Glas machen, Mann. Ja, geil, Alter. Ich koche hier gleich mal was zurecht. Ich zeige das gerade auch mal. Wow. Geil, fette Scheiße. Oh cool, mit dem Honig kann man auch was machen. Melted Wax. Melted Wax. Kannst du wahrscheinlich irgendwas zusammenkleben oder so. Sand oder was ist das für Glas? Genau. Geil. Habe ich gerade gar keinen da, glaube ich. Ist das Sand? Ist das nicht Sand? Warum kann ich den nicht benutzen? Okay, cool. Haben wir Glas. Perfekt, Alter. Dann läuft der jetzt. Okay, ich mache mal eben fix eine Leiter. Boah, geil. Macht irgendwie Spaß, aber es ist echt unübersichtlich. Ja, man muss halt reinkommen. Aber das ist eigentlich der Schlüssel, was wir jetzt in Folge 6 erst zeigen oder so. Oh, es ist gut. Es gab Probleme, es gab Probleme. Aber wir hatten auch Spaß, um das, darum geht es. Und ich glaube, die meisten Leute. Also du hattest ja Spaß. Ja, super, lustig. Auf jeden Fall. So. Nicht nur, weil ich den Teleporter weggesetzt habe, sondern auch so. Hat es mir Spaß gemacht, tatsächlich. Boah, was ich hier noch gerne hätte, was mir echt noch fehlt, das sind so Adler, die ihre Runden ziehen. Das wäre doch geil. Ja, weil es ist auch noch alles Early-Alpha, ne? Alles leckern auf sehr hohem Niveau, oder? Ich glaube zwar nicht, dass hier Adler geben wird, aber hey. Der Charakter zittert immer noch. Und ich kriege es gar nicht mehr mit. Ich kriege es überhaupt nicht mehr mit. Ich habe mich so dran gewöhnt. Du läufst jetzt bei mir richtig. Irgendwie, du schleichst die ganze Zeit. Okay, ich setze hier noch einen Prozessor hin, ne? Weil der sonst, so brauchen wir immer ewig. Okay. Das ist doch super, Alter. Wir haben hier eine richtige Baureihe mittlerweile. Guck mal, jetzt können wir hier nicht doppelt arbeiten. Können wir noch Crackwood Stabs machen. Ich mache aber jetzt mal Stone Slabs. Mal gucken, was wir daraus alles machen können, nachher. So. 1 Minute 20 auf Hochtour läuft hier. Gimme five. Warte, warte, warte. Ach Mist. Kannst du mal den Zaun wieder wegnehmen? Ja, du kannst aber auch wegsaugen, einfach. Ja, ich habe keinen Platz im Inventar, leider. Okay, dann tu was in die Kiste. Ah ja, mache ich gleich mal. Jetzt bin ich geil darauf eine Glaswand zu bauen. Ja, mach das. Bin ich super gespannt drauf. Warte mal kurz. Hier müssen wir auf jeden Fall noch... Da fehlt noch ein Stein, ne? Ja, so. Alles hochsymmetrische. Wobei wir können, die äußere, die äußere Reihe, die machen wir auch. Die Stones können wir wegmachen, machen da auch Glas hin, oder? Oh, ich weiß, du müsst ein Glasdach machen. Ne, da... Äh, Mist. Dann sieht man mehr nach oben, wollte ich sagen. Mist, jetzt habe ich auch so einen gesetzt. Ist aber gut eigentlich. Ah ja, ich weiß, was du meinst, hm? Ne? Dann sieht man mehr nach oben, mehr... Also mehr Himmel. Von wem? Ich helfe dir. Bam. Vorsicht. Ja, ist cool. Ich habe den Glas hier, den setze ich da nach oben. Boah, es ist ein bisschen tricky hier gerade. Ja. Wir brauchen einen Außenauslauf, Alter. Vorsicht, 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 Vorsicht. Äh, geh nicht dahin, weil sonst baue ich dich zu. Ja, ich gehe mal weg. Das funktioniert fast gar nicht. Boah. Ist ja eigentlich egal. Alter. Glas gegen Himmel bauen ist echt eine tolle Idee. Hier kannst du es von hier reinbauen, von hier hinten. Da musst du gar nicht so weit danach stehen. Warte. Warte. Das können wir ja nachher von der oberen Etage machen. Das sieht so geil aus, wie du da irgendwie so nichts machst, sondern einfach in die Luft guckst und dann irgendwie dieses Glas dahin platzierst. So. Oder? Ja, geil. Ich würde sogar sagen, 1, 2, 3, ich würde sogar sagen, hier können wir auch noch eigentlich. Ist auf jeden Fall am... Ja, die können wir echt wegmachen, finde ich. Das ist symmetrisch. Wenn wir 3, 3 Schaden haben, können wir die wegmachen. Man muss da unten vielleicht nochmal auch noch Holzboden hin. Ja, setz dich einmal, Moment. Ich habe leider keinen, sonst... Ist aber manchmal tricky, ey. So. Ja, geil. Ja, auf jeden Fall. Also aussichtstechnisch, aussichtstechnisch hockt das die andere Hütte 10 Mal. Geil. Oh. Ich brauche neun Handschuhe. Ich brauche neun Handschuhe. Ich brauche ja den Stone, aber ich habe das Gefühl, dass der Stone, dass dieses Stone-Teil, ne? Ja. Stohen? Ja. Dass es irgendwie schneller kaputt geht. Oh. Der Holz ist irgendwie der Number Green effizienteste. So, ich habe hier auch mal diese Totenköpfe noch weggemacht. Jetzt ist das echt alles cool. Boah, Alter, ich wäre ja fast hier auch für eine Fensterfront, ne? Aber vielleicht machen wir das oben. Vielleicht ist das gut fürs Erdgeschoss, ist das doch stillig. Ich finde das auch nicht ganz cool, so als Speiseecke oder sowas, weißt du? Oder Chill-Ecke, dass man hier noch irgendwie, ja genau, aus Treppen kann man hier noch bestimmten Sofas hinbauen oder sowas, wie in Minecraft. Sollen wir das hier wieder zumachen? Ja, können wir erstmal zumachen. Ja, mal gucken, wie es dann aussieht. Wir machen das dann, wir machen das über eine Leiter. Profi-Architekten. Ja, die Leiter ist doch besser. Boah, ist geil. Oh, ich habe nicht genug Wood mehr, Moment. Habe ich davon noch welche? Ne, Leiter, stopp. Ah, die, ne, die sieht anders aus. Achso. Ich muss neue Wood-Dings, können wir in den Prozessor hauen? Profi-Architekten. Folgendes. Boah, das sind ja 32 Leitern, ach du Scheiße. Hahaha, 32 Leitern. Ich habe da unten noch so ein paar reingehauen. Aber wir können dann, ach, das ist gar nicht so schlecht, dann können wir vielleicht sogar eine Leiter runter machen, sodass wir auf dem Felsen, dass man dann mit einer Leiterung runter kann nach unten, weißt du? Ich crafte mal ganz kurz hier noch eine, äh, Box, eine Wood-Chest. Ja. Okay, das mit den Leitern ist ungewohnt. Ein Wood-Gate. Das ist ja auch geil, dann können wir die Fensters theoretisch... Das baue ich auch mal. Da habe ich eine Idee für unseren Vorgarten. Hier. So, Leiter steht. Geil. Der Leiter ist merkwürdig. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da brauchst du zwei Löcher an der Decke, aber ist egal, es funktioniert. Ach, cool. Es geht auch mit einem. Muss die nur gerade durch. Aber wir können auch zwei machen. Ist vielleicht einfacher dann, ne? Vorm Handling. Ich glaube, ich sollte die Leiter vielleicht... Ja, pass auf, wir machen das mal anders. Geh mal runter. Ja, nehm mal den Pfeiler weg, den Vorsprung. Genau, genau, genau. Maschine. Das ist der Plan, bleibs nicht oben. Obwohl doch, warte mal, dann kann ich... Stopp, ich geh da hoch. Kann ich da hoch? Nein, Scheiße. Ist nicht mehr. Kenn ich nicht mehr hoch. Warte mal mit, setz noch mal ran, dann kann ich in der Zeit schon mal auswöhlen. Ja. Dann haben wir Arbeitsteilung, weißte. Ähm... Ich geh' automatisch wieder runter. Warte mal, setz sich nochmal gerade hin, das ist so tricky. Jetzt komm ich euch hoch. Es ist gar nicht so leicht! Jetzt komme ich hier nicht runter, weil... Ey! Doch, du musst zur Seite springen, irgendwie so. Ja, weil da so wenig Platz ist, zitscht der den Charakter automatisch gegen die Wand wieder zurück. Ach schön. Jetzt bin ich drin. Du musst dann echt die Rücktaste drücken, aber du kommst gleich hier gut hoch. Keine Sorge, ich mache jetzt hier Platz. Von mir aus kannst du alles abbauen. Ich glaube, ich habe gerade Gras gesammelt oder so, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich nehme mir die oberen Etagen auseinander. Mal ein bisschen Licht reinlassen hier in die Hütte. Boah, das ist Hammer. Geil. Okay, wir brauchen definitiv noch eine Wand. Was meinst du? Genau. Latsch der mein Schwein vorbei. Geil. Ich setze die mal gerade hier hin. Wir können noch weiter nach hinten mit der Wand, ne? So ist gut? Ja, so ist perfekt. Okay. Wir können das einfach so eine Ausbuchtung machen, das ist ja auch nicht schlimm. So. So. Guck mal. Perfekt. Hier können wir nachher auch noch ein Fenster machen, theoretisch sogar. Stimmt. Ja, hier kann man so theoretisch so einen Rundumblick machen oder sowas, wenn es geht. Können wir das hier weg machen noch, damit die Wand ganz dran ist, ja? So, das mit der Leiter sieht jetzt auch nicht allzu schäbig aus oder so. Ne, die Leiter, ich finde die Grafik ist hier eigentlich ganz cool geregelt. Ich baue jetzt die Außenwand halt ein bisschen aus hier, damit die auch gerade ist so. Schön wäre es, wenn die Leiter direkt noch weiter nach unten gehen würde, aber, hm, ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich bauen wir da noch eine zweite. Ah, jetzt weiß ich auch, was das Problem war, das, das eine Dings, dass du die Leiter so weit oben gebaut hast schon, ne? Und dann kam er da nicht weg. Ja, genau, ich witz. Genau, ich sag mal, muss man nur so hochgebaut. Ja, okay, cool. So, was kann ich denn hier machen? Hä? Ach, das ist ja Prozessor. Melted Wax, mehr kann ich hier gerade aber auch nicht machen. Naja, da haben wir aber auf jeden Fall einiges jetzt hier schon gelernt wieder in der Folge. Und irgendwie finde ich unsere Bude viel cooler als die vorher. Finde ich aber auch, also ganz ehrlich. Also ganz, vielleicht war es einfach Schicksal so. Ist ein bisschen, ist ein bisschen frickelig, man muss sie echt noch eingewöhnen. Vor allem muss man genau gucken, wo man hier was macht und tralala. Das ist noch so ein bisschen merkwürdig, aber ich denke, das kriegen wir auch noch gewuppt. Ein paar Folgen haben wir noch Zeit. Ja, und ich wusste, wir wissen ja immer noch nicht, weil wir ja so Suchten hier eine Hardcore-Session machen. Wie es euch gefällt. Das werden wir dann natürlich hier sehen, weil wir schauen natürlich fleißig in die Kommentare auf die ganzen Fragen und so. Und den ganzen Hate. Spielt was anderes. Ach ja, machen wir vielleicht auch nochmal. Aber wir spielen jetzt gerade eben das und irgendwie macht es Spaß noch. Und solange es uns Spaß macht, ziehen wir das auch durch. Genau. Oh Mist, da unten ist eine Truhe. Ich würde gerne hier noch irgendwie so eine Leiter machen, dass man wirklich nach unten kommt. Ja, ne? Ganz unten, ne? Genau. Aber das meine ich nicht mal in dieser Folge. Ja, machen wir das in der nächsten, komm. Genau, genau, genau. Wir sind jetzt eh schon wieder hier bei 25 Minuten oder so oder 23 oder irgendwas. Wie immer. Insofern machen wir mal eine ganz solide, normale Folge quasi heute und verabschieden uns an dieser Stelle und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Aber das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Wie kannst du nur, Sarazza? Wie kannst du nur? Ach ja. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder wie sieht es aus? Bist du auch wieder dabei? Ja, würde ich sagen. Bin ich auch wieder am Start. Ja, freue ich mich drauf, ey. Die beste Folge aller Zeiten. Ich bin froh, dass wir diese Folge mal echt einfach alles gewuppt bekommen haben. Mit Glas und all sowas. Also das ist doch mal echt ein Erfolgserlebnis. Und sieht auch schnucki aus. Deswegen beende ich die jetzt lieber, bevor was passiert. Oh. Ich hab die Bombe. Äh. Walle. Bist du's? Walle? Sarazza? Hallo? Hallo, Sarazza? Hä, bist du noch da? Noch da? Komm mal kurz nach unten. Wie du da in der Leiter hängst. Komm mal kurz nach unten. Ich komme. Äh. Hä? Sag nicht, dass du drin gespawnt. Hast du es angelockt? Ich glaube es. Ich hoffe, der verwandelt sich niemals. Kann der nicht hochgesprungen sein? Ja, wir brauchen, ich glaube wir brauchen mehr Licht. Wir müssen gucken, dass wir mehr Licht reinkriegen. Aber vielleicht in der nächsten Folge. Ich wollte es nur mal gucken. Wir haben aber nur Schwein gehabt. Tschüss, Freunde. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.